Ja, meine Frau hat gesagt, ich soll immer ein bisschen Vitamine zu mir nehmen und das mache ich natürlich auch. Aber sie hat ja nichts davon gesagt, dass ich das Teil vorher nicht noch schneiden darf oder aber auch vielleicht mit der Armbrust spalten darf. Ob wir den Apfel mit der Armbrust spalten, weiß ich nicht. Ich habe hier die kleine Red Bag, was macht die, 230 feet per second, könnt ihr mal unten über den Link schauen, was das Teil so kann. Wir haben hier die 0815 Kunststoffpfeile, wiegen so 8 Gramm und ja, da feuern wir doch jetzt gleich mal mit einer super Highspeed Aufnahme auf diesen Apfel. Ich habe hier einen fetten Strahler aufgebaut, die Sonne scheint gerade, es ist aber bewölkt, da kann ich mich nicht ganz drauf verlassen. Und wen die Technik dahinter interessiert, der bleibt noch länger dran und schaut sich das am Ende an. Dann warten wir noch auf den Sonnenslot, der kommt nämlich gleich wieder, da haben wir noch mehr Licht. Highspeed Kamera läuft, Armbrust entsichern, Sicherheit ist hergestellt, Schuss in 3, 2, 1... ... Ja, Leute, absolut faszinierend. Der Pfeil hat sich an dem Apfel mal sowas von überhaupt gar nicht gestört. Wir haben hier einen sauberen Durchschuss. Apfelsaft klebt an dem Pfeil so ein bisschen. Hinten und vorne ungefähr 4 mm Loch. Der Apfel hat es überlebt. Und ja, der Pfeil ist auch noch heile. Und ich schaue mir jetzt mal die Aufnahmen an. Boah! Ey, Leute, das sind 422 Bilder pro Sekunde. Und das geht trotzdem noch super pfeilschnell. Und jetzt gehen wir mal auf 1200 Bilder, weil das gerade war 4K. Jetzt gehen wir mal auf Full HD runter. Und ich rechne euch das aber mit der super Software von Topaz wieder hoch. Weil da kann ich euch mehr Qualität bieten. Und ja, die ist auch unten verlinkt, falls du Video-Content-Creator bist und einfach mal deine Videos schärfer machen willst oder die Zeitlupen besser machen willst. Das werde ich da auf jeden Fall auch noch mal ein bisschen hochrechnen. und ich zeige euch vorher, nachher. Das war's. Das sieht ja aus, der schlitzt ja den Apfel unten total auf mit dem einen Steuerungsblatt. Das ist ja total beeindruckend. Ja, da ist er, der Apfel. Sieht noch gut aus. Boah, ist er sauer. Krass. Okay, weil ihr bis jetzt dran wart, zeige ich euch noch ein bisschen die Technik, die heute aufgebaut war. Für die normalen Aufnahmen, die mich gefilmt haben, war heute die Sonia 6700 im Einsatz mit dem Sigma 5014. Außerdem von Horizon die Redback Armbrust. Die ganz kleine, günstige. Die 0815 Kunststoffpfeile zum Einsatz, die müssten so um die 9 Gramm haben. Licht so ein bisschen zurückzuwerfen, hatte ich einen Faltreflektor. Im Einsatz beleuchtet wurde das Ganze hier mit der legendären Aputure 600D. Die ganz normal auf einem schweren Lichtstativ steht. Kein günstiges Teil. Ja, gefilmt haben wir das Ganze mit der Wave von Freefly Systems. Die kann ja 4K 422 Bilder und Full HD schafft die bis zu 1461 Bilder. Aber kann raufgehen bis auf 10.000 Bilder, wenn wir die Qualität herabsetzen. Oben das Bild sehe ich dann über den Ninja Atomos, Ninja Five Recorder. Und heute, wir brauchen ja die alten manuellen Objektive, war drauf das Minolta 85mm, das eben bis auf eine F2 kann. Und wir haben uns heute so zwischen F28 und F4 bewegt. Also sehr hell alles. Und die Lampe hatte ich auf 90% und das hat dann gerade da so ausgereicht, um diese kurzen Verschlusszeiten zu filmen. Ja, ich mümmel meinen Apfel noch so ein bisschen zu Ende heute. Vielen Dank, dass ihr bis jetzt dran geblieben seid. Und ich würde mich freuen, wenn ihr zum nächsten Highspeed-Video mal wieder reinschaut. Bis dahin. Ciao.